Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Wie kann der Mensch vor einem heiligen Gott bestehen? Dies ist in meinen Augen die alles entscheidende Frage des christlichen Glaubens. Viele Streitpunkte innerhalb der Christenheit müssen dieser Sache weichen. Ja, die Rechtfertigung vor Gott ist der Dreh- und Angelpunkt des Evangeliums, der frohen Botschaft. Kann der Mensch irgendetwas zu seiner Erlösung beisteuern? Ist da auch nur ein winziger Anteil, durch den der Mensch etwas zu seinem Heil beitragen kann? Was sagt denn die Prophezeiung Jesajas? Er, der Knecht, wird durch seine Erkenntnis viele gerecht machen. Der Knecht des Herrn ist es, der die Sünden tragen wird. Er ist die entscheidende Person. Doch wen verheißt Jesaja in dieser Prophezeiung? Der Gerechte ist niemand Geringeres als der Herr Jesus Christus. Allein durch den Glauben an den Sohn Gottes wird der Mensch gerechtfertigt vor Gott. Kein Werk könnte den Zorn Gottes gegenüber dem Sünder stillen. So schreibt auch Paulus in Römer Kapitel 3. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Die Gnade Gottes kann man sich nicht verdienen. Der Mensch ist verloren, ja getrennt von Gott. Er rühmt sich zwar seiner Macht und seiner Stärke und erhebt sich selbst zu Gott. Dabei erkennt er aber seine wahre Schwäche nicht. Kein Mensch darf behaupten, dass er von sich aus Stärke besäße. Aber was meint Jesaja dann, wenn er von den Starken spricht, die der Knecht zum Raub erhalten wird? Der Apostel Paulus beantwortet diese Frage mit den Worten, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nur in Christus sind wir stark. Einzig in der Verbindung zu ihm, zum wahren Weinstock können wir Frucht bringen. Die Starken sind nicht diejenigen, die meinen, dass sie aus eigener Kraft stark sind. Nein, die Starken sind diejenigen, die ihre eigene Schwäche eingestehen und einzig Christus ihr Vertrauen schenken, weil sie seine Macht und seine Stärke erkannt haben. Das Evangelium ist die Botschaft für die Schwachen, nicht für die vermeintlich Starken. Wer meint, er sei stark, wird keine Hilfe in Anspruch nehmen. Doch die, die sich ihrer eigenen Verdorbenheit bewusst sind, ergreifen die ausgestreckte Hand Gottes. Die Prophezeiung Jesajas stellt uns vor Augen, was Christus für uns getan hat, nicht was wir zu unserem Heil beisteuern könnten, denn das wäre ohnehin nichtig. Vier Dinge sind es, die der Prophet hier auflistet. 1. Christus gab seine Seele dem Tod preis. Das geschah vor 2000 Jahren am Kreuz. 2. Er ließ sich unter die Übeltäter zählen, obwohl er ohne Sünde war. 3. Der Sohn Gottes hat die Sünden vieler getragen, nicht die Sünden aller Menschen, wie es die Alphasöhner lehren. Nein, Christus hat wirksam die Sünden derer getragen, die seinem Wort glauben. Und 4. Jesus Christus betet für die Übeltäter. Das tat er am Kreuz von Golgatha, indem er seinem Vater bat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das tut er auch heute als unser Fürsprecher zur Rechten Gottes. Er ist der einzige Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Mit der Beschreibung des Wirkens Jesu Christi und dessen Folgen endet das 53. Kapitel des Propheten Jesaja. Kein anderes Kapitel des Alten Testaments schildert das Leiden und Sterben des Messias so umfangreich. Lasst uns erkennen, welch hohen Preis Jesus für unser Heil zahlen musste. In diesem Sinne Gottes Segen und denkt immer daran, Gott ist mit uns.